Applaus, rein mit dem Ball in den Kassen. Natürlich, die Platzverwaltung des Volkes. Wir beiden, das ist euer Applaus. Toll, dass ihr hier mitgemacht habt und das mal ausprobiert habt. Ein Gewicht, wie wir hier bieten, Freunde von 1860. Unseren Volkspartnern hier bei der Europameisterschaft. Und für euch beide gibt es natürlich einen tollen Preis. Und wir müssen ein bisschen auf die Tube drücken. Denn ich habe noch einen weiteren Gast hier bei mir. Auf dem Spielfeld, kommst du jetzt zu mir? Genau, komm, so schnell wie du fahren kannst, darfst du auf den Platz laufen. So, ich begrüße Markus Geilwey und schau mal hoch zur Regie. Die darf uns nämlich jetzt noch einen Trailer abfielen. Und Markus, du bist nicht ohne Grund hierher gekommen. Du hast aus Eigeninitiative ein ganz tolles Projekt auf die Beine gestellt. Und da haben die Organisatoren dieser Europameisterschaft gesagt, wir müssen hier einladen. Für die Halbzeitpause ist es hier in Frankreich, Deutschland. Worum geht es genau? Das ist ein Applaus wert, denke ich. Mit dem Rad war sie radelnd spenden eingeworben, über 500 Kilometer. Wie lange wart ihr unterwegs? Eine Woche, wir sind jetzt vom 5. August bis zum 12. August gekommen. Okay, eine Woche wart ihr unterwegs und habt fleißig Geld gesammelt. Jetzt wollen wir natürlich wissen, wie viel ist zusammengekommen. Und vielleicht kann der eine oder andere hier im Grunde noch was draufpacken. Wie sieht das aus? Ja, es wird knapp unter 5.000 Euro und sammeln noch bis zum Ende des Jahres. Also bis zum Ende des Jahres wird es noch gesammelt für wohnende Kinder. In Uganda ist trotzdem eine Frage, wie kommen wir noch so eine tolle Idee? Ja, meine Familie Moran Zume war ein Jahr lang in Uganda, dann war ich bei mir in der Schule und ich habe mich auf die Idee gebracht und von der Schule an zu gehen. Gut, jetzt sag uns noch, wo oder wie kann man euch finden, wie kann man euch unterstützen, wie kann man spenden? Wir haben eine Website, www.fandfight2017.yindu.de und da steht auch die Funktion Nummer. Das ist das Richtige, das ist die Website. An der Videoball gibt es noch ein paar Bilder. Das ist ein Applaus, tolle Aktion, vielen Dank, dass du dir hier vorgestellt hast. The game will continue in 2 minutes.